So, was sollen wir denn hier stehen? So, Gelee Royale ganz viel. Ich glaube, das können wir tatsächlich viel exzessiver nutzen, als wir es bisher gemacht haben. So, und jetzt lesen wir mal die Einladung. Und wo können wir denn diesen tollen Kreisschlüssel benutzen? So, gucken wir uns erstmal wieder ein paar Gemälde an. Okay. Das da ist ein Ausschnitt von dem da. Guck mal, das sind alles... Also die kleinen Bilder sind Ausschnitte von den größeren, okay. Habe ich hier irgendwie den Eindruck, dass es hier einen kleinen Clipping-Fehler von dem Gemälde gibt? Ja. Da wird das untere Teil abgeschnitten durch vorspringende Wand. Was haben wir denn da? Kann ich nicht untersuchen, weil ich nicht aufmerksam genug bin. Warum so viele Bilder davon, dass da Leute in der Wunde den Finger reinstecken? Ja, Thomas... Ach Gott, die Story weiß ich zum Glück noch. Thomas war einer der Jünger von Jesus Christus, konnte es aber nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und deshalb musste Jedus sehr plakativ Thomas beweisen, dass er da ist. Und deshalb das Reinstecken des Fingers. Okay, also sind wir auch noch im Wiederauferstehungsthema. Kann ich mal ein Bett machen? Nichts. So, was haben wir hier? Ja, Gott. Ich habe so viele Mittelchen jetzt hier mittlerweile. Ich hoffe, ich übersehe nichts. So, geht's raus. Was war hier ein Büchle? Suspicious! Oh! Suspicious! Ich glaube hier... Hier könnte irgendwas passiert sein. Aber ich weiß nicht so ganz genau was. Was? Einfach worn out? Also abgenutzt? Nein? Das sieht voll nach geheimer Passage aus. Entschuldigung. Wenn ich jetzt dieses Buch betätige, was passiert da wohl? Ich weiß nicht, was passiert da wohl ist. Ich bin nicht aufmerksam genug, um es herauszufinden. Ein feinster Zeichen des Ordnern, wenigstens visibel. Mutter, du hast sicherlich eine Kluge in diesem Buch geblieben. Mal sehen, ob ich etwas anderes in diesem Raum finden kann. Ich bin nicht weit aus dem Puzzle zu lösen. Ich muss weiter suchen. Ich bin nicht weit aus dem Puzzle zu lösen. Ich muss weiter suchen. Ich bin nicht aufmerksam genug. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ich bin nicht aufmerksam genug. Ich bin nicht athletisch genug. Ich kann nur Frauen verprügeln lassen. Bisher. So die Essenz von dem, was ich bisher erlebt habe. Hm, nichts hier. Ich würde nicht einen guten, starken Kaffee machen. Ja, Thomas, steck den Finger rein. Ein Schlüssel, der dazu passen könnte? Das ist die Sache, der Morter was zu tun. Das ist die Schlüssel. Die Schlüssel sollte man öffnen. Das ist die Schlüssel. Ein Zeichen des Schraens. Ich würde ansprechen. Der ist die Schlüssel von Sère de Richer. Ich habe keine Raum, ich werde es später entfernen. So, das war von der Tür, der Punkt. Äh, gucken wir mal. Es ist etwas wiesig da draußen. Und wir drehen uns schön im Kreis. Ich hoffe, niemanden wäre schlecht. Ich wollte gerade sagen, die Bücher sind weg, aber nein, da liegen sie immer noch. Die dürfen jetzt wahrscheinlich total gewillt und feucht sein. Sie drohen. Hier ist etwas, das meine botanische Apprechung für das lokale Klima verhindern. Was? A message using invisible ink. Ich glaube, du benutzt ein Limit, um ein Messer zu lassen. Jetzt, wie soll ich die Messer herausfinden? HITZE! HITZE! HITZE 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 Aber ich wollte jetzt eigentlich draußen nochmal weiter gucken und nicht am Zitronenbaum scheitern. Guck mal, das kann ich. Als ich ein Junge war, habe ich lieb, secret-Message mit Limonjuice zu machen. Handlos, um sie zu schreiben, aber nicht sinnvoll, um sie zu sehen. Wer weiß, was man mit einer Zitrone alles machen kann. Ich nehme sie einfach mal mit. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Wir haben hier vorne noch ein Tischchen. Nee. Achso, das war ein Grafikfehler. Schade. Guck mal, ganz viele Kirschen, die da liegen. Nam nam nam. Okay, das Zimmer ist nicht bewohnt. Wir gehen mal zurück ins Schlafzimmer und legen uns wieder hin. Okay, wahrscheinlich kann ich das dann nur an dem einen Feuer gleich alles sichtbar machen. Schau, Markungen auf dem Boden. Wir hätten doch mehr Aufmerksamkeit haben sollen. Wir hätten doch mehr Aufmerksamkeit haben sollen. Hmm, nichts hier. Ich würde mir gar nicht einen guten, starken Kaffee haben. Okay, das bringt also einen angeblichen nichts außer das Buch dreckig zu machen. Aber was dann? Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich das Ganze mit ein bisschen Wärme wieder hinbekomme, aber willst du mir jetzt sagen, dass ich das mit einer Kerze mache? Schwierigkeit 3, das heißt, das würde mich 3 Konzentrationspunkte kosten. Mit Heimlichkeit kostet mich das mehr als mit Etikette? Kerze nehmen. Komm, nehmen wir sie einfach erstmal mit. Natürlich! Natürlich! So, so geht man mit einer Kerze um, Louis. Oh, Louis hat die Kerze einfach so. Eigentlich müsste das hier schon alleine reichen, ne? Aha! Es funktioniert! Die Hüte zeigt die Botschaft. Mal schauen, was meine Mutter geschrieben hat. Wo alle Augen sichern Sie auf, Sie müssen durch die Gorgon gehen. Gorgon war der Name Medusa in der Grieke Mythologie. Auf der anderen Seite, wo alle Augen sichern Sie auf, ich verstehe es nicht. Und die Begründung von der Begründung, in der Mannor, könnte es in der Mannor, es könnte irgendwo sein. After that, sie sagt, beware Hero. Die Beast immer schützt den best-protekteten Soldaten. Und das ist die Wege. Was ist meine Mutter zu erzählen mir? Since you've gone zu so much trouble, you must not have only found something important, but you must have also felt like you were in great danger. Now I'd better hurry and find that damn Medusa. Sir, dinner is served in the Red Salon. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, Sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. So, Louis. Als nächstes, was haben wir denn hier? Äh, haben wir hier bekommen. Mitglied des Ordens. Ich erhalte einen Punkt in Okkultismus. Ich habe Hinweise von meiner Mutter in meinem Zimmer gefunden. Nice, nice, nice. Deine maximale Konzentration ist um einen Punkt erhöht, wenn ich ein Konsummittel pro Typ einnehme. sind das dann vielleicht doch die vier Sachen, die ich einnehmen kann? Dominegel, Universalgenie. Kriegt zehn Prozent mehr Erfahrung, wenn ich Erfahrung, wenn ich überall eine Stufe drin habe. Uff. Alter, hier Mist. Ja. Gehen wir dann erstmal runter, hm? Sollen wir uns das wirklich verspielen mit den anderen Gästen? Guck mal, an welchen wir noch vorbeikommen. Das ist Washington. Okay. Äh, da gehen wir wieder zurück. Das will ich ja gar nicht. Schauen wir mal, ob wir... die Tür zu Elisabeths Ruhm? Oh. Oh, die wird ja bestimmt sauer sein. Oha. Wow. Was ist die Hölle? ist denn hier? A Chess with a half-circle-Pattern. Kann mir das Schloss knacken? Ja. Oh, noch mehr Bernstein. Äh, ja. Je nachdem, was das gestern Abend für eine Party war. Und dann tutored Hand kopiert diese Noten. Sieht wie ein Gehörungsmethod. Das ist ein Schmerz. Die Schrift ist kaum legible. Ich kann die Notiz mit Okkultismus und der Wissenschaft. Schwierigkeit 1, weil ich Okkultismus Stufe 2 habe. Ach, guck mal, das kostet mich nichts. Dann nehm ich das. Das kostet mich nichts. Das kostet mich nichts. Ein Stück Klaut in der Mund verhindert die Lüge von gesetzt. Es sieht wie eine Präparation für ein Exorzism. Ist Elisabeth wirklich possesed? Ok. Oha. Ok, also das heißt, äh, Elisabeth können wir nicht mit Immunität kommen. Ok. Das ist eine Kombination aus hinokischen Symbolen und ein bisschen Voodoo. Ok, ich muss, ich muss viel mehr die Sachen einsetzen. Ich habe ja wirklich viel zu viel von dem Zeug. Die Kristalle verzehrt, nein. Natürlich nicht. Magnesium Oha. Oh. Ok. Ein Ritualkreis auf dem Boden. Wir sollten hier wahrscheinlich auch nicht zu viel Zeit drin verbringen. August 24th, 1792. August 24th, I am certain he filters our exchanges. Thankfully, one of the chambermaids is able to help me get my letters to you, but they still remain unanswered. I often think about you and pray every day to be able to hold you tight. We have so much time to make up. I beg you, answer me, please. Your loving sister, Abigail. P.S. That horrible woman came again yesterday. She's a long time speaking with father. I didn't understand everything because they spoke in French but I'm sure they were talking about you. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if emotions no longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you. but that they will soon subside. Should I believe him? I cling to the belief that we shall soon see each other again at long last. Right soon. Your loving sister, Abigail. P.S. Don't forget to tell me what present you want. Krasser Scheiß. Also was nein, das will ich nicht das Hallo, ich will das da, genau. to a polite society Oh, Elizabeth hat mehrere Immunitäten, okay. Connellywater. habe ich hier bekommen, noch eine Sammlermünze. Oh, ich bin in den Ritualkreis rein und rausgegangen. So, wir gucken uns noch das an und dann hauen wir ab. My dear Elizabeth, ich bin zu inform Ihnen von etwas Unfortunat News. Wir werden nicht können wie planned auf den ersten Sonntag May. Ich bin gesagt, dass Sie no besser und Unfortunately, Ihre brothers und ich sind völlig snowed unter von den Arbeit zu govern in diesem neuen Land. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, ich würde gerne die anderen Zimmer auch anschauen, aber irgendwann wird es auch ein bisschen verdächtig, wenn wir nicht runterkommen, oder? Ah, hier können wir nicht runter, gut. Ich rekapituliere mal. Elisabeth, ihr Tod wurde vorgetäuscht, damit sie hierhin kann, damit sie von meiner Mutter behandelt werden kann auf angeblich Besessenheit, um sie irgendwie zu heilen. Das war wohl sehr brutal mit Vivi-Sektionen und Brandmarkungen. Und hier hat sie das Ganze irgendwie verbracht. Sie hat dicke Angstzustände, sie ist immun gegen Manipulation und Psychologie, weil sie wahrscheinlich schon viel zu viel erlebt hat. Ich glaube, das können wir auch hier nachgucken. Wo ist sie denn? Da. Schwäche, Befragung, Immunität gegen Psychologie und Manipulation. Achso, okay, da steht das auch alles zusammengefasst. Oh, und die Arme hat jetzt ein blaues Auge. Scheiße. Ich glaube, das dürfen wir wahrscheinlich gleich jetzt sehen, wenn wir da unten sind, ne? Oh, okay. Wir wissen ja, dass sie sich um sie gekümmert hat und das... Wir tun mal so, als ob wir nichts wissen. Ja, ich bin in Ihre Mutter's care seitdem ich geboren wurde. Sie hat dich getötetet? Oh, ich würde nicht getötetet. Nein, ich erinnere mich ihre Stare, kohol wie Eis. Sie schädelte Hände, sie schädelte Hände, um mich zu schäuern, während ich in schäuze, in schäuze. Ich erinnere mich, auch. Sie hält mich mit ihnen, während sie schäuze und schäuze in mir. Hold on a minute. Was heißt das? Du kannst sie fragen, wenn du sie sehen möchtest. Hm, sie wird mehr und mehr agitiert. Schau, ich muss gehen. Wait, I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Äh, Psychologie dagegen ist sie immun. Das bringt nichts. Etikette, das könnte... Ähm... Ach komm. Was? 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 Some people care about you don't they ihre Schwester erwähnen weil die die Schwester hat sich ja total um Elisabeth gekümmert das machen wir mal Haven't you got a sister yes I'm sure she loves you with all her heart she's the only one who cares about me I would have put an end to it all by now if it weren't for her since you insist I'll tell you how I met your mother thanks for trusting me you see before I was born my mother often suffered from hallucinations and fits of anger soon people could barely recognize her she became a completely different person so my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors but none of them were able to cure her the last resort was to call a priest so is that what your father did no he went to an expert in the occult ah my mother her reputation already extended beyond our borders my mother's fit stopped at my birth and Sarah de Richey concluded that the evil had passed into me not only did it encourage her to stay but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family that's how I was declared stillborn my fate was decided that very day it would coincide with my mother's frequent trips to America I had my first fit when I was three that's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside I understand how you feel but I know my mother I'm sure she had her reasons even if it seems difficult to believe everything she put me through was all for nothing my whole life was ruined for nothing so what brings you here then my father used to know Sir Holm he offered to introduce me to the world's leading authority in the occult Lord Mortimer he was my last hope until I found out he had also invited your mother it's got to be a coincidence I don't believe for a second she's coming for you you can't change my mind about this Louie my days are numbered and I know it you can't change my mind Oh, guck mal, da kann ich jemanden manipulieren. Könnte ich da jetzt hin? Nein. Hallo. Wie war das Anwesen? Ach du meine Güte. Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself that present in the grand hall. From the grand hall, sir can access on one side the small salon, where the guests like to relax with a good book. From there, sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talks. From the other side of the grand hall, sir may access the dining room. That is where sir's meals will be served. From the dining room, sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery, where a large part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, sir will also find access to the garden. But sir may be reassured, the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. So, sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Hmm, except for my mother. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry for the other doors. What's on the first floor? The first floor is reserved for guests, sir. That is where sir will find his private rooms. The main corridor leads around the building. Three stairways will enable sir to return to the ground floor. It is also from there that sir will be able to reach the second floor. Thank you very much. Anything else, sir? Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, sir. In the west wing, on the second floor, are his private chambers. In the east wing, are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holm, sir. But only authorized guests may access that area. Does sir have any more questions? What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival. If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise sir to pass through the portrait gallery. May I help sir in any other way? What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps, sir, would like to know something else? I would like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Is there anything else that sir would like to know? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? An eliter. My good fellow. Would you have any amber available? I would. But unfortunately, I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. Uh. Ach was, total wertlos. Oder austricksen und bespedilen. Ich glaube, komm, das probieren wir doch. No point in lying, you know. I know full well you haven't gotten any. Du hast in einem Kapitel vier Konsummittel eingenommen oder ein schädliches Mittel konsumiert. Der Logtimer wird nicht mehr angezeigt. Uh. Schwäche ausgenutzt, Diener. Manipulation, okay. I would never think of lying, sir. I don't believe I am authorized to give it away. That is all. Amber? Here? I'd be surprised. Yet I assure you, sir. No, you're pulling my leg. I don't believe you. I wouldn't dare to joke with, sir. Yeah, sure. You're just leading me on. I dare you to show it to me, if you really have some. Well, then, sir, here is a piece. Ah, right. Well, I'm impressed. Can you lend it to me for a minute? Of course, sir. Ernsthaft? Ernsthaft? Wenn wir damit ausgedrückt sind, wenn ich sage, ja, können Sie es mir mal kurz leihen? Here. Wow. I can hardly believe it. Well, I have other questions. Of course, sir. But, sir, I believe you haven't given me back the amber, sir. What? What amber? The piece I gave to sir. No, I don't know what you're talking about. You really ought to look after your things. And it can't be easy to come across amber in these parts. Ah. Ähm. Well. Does sir desire anything else? What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of young Werther. Oh. The Leiden of young Werther. Hand it to me. Please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Hang on, but it's mine. Beg pardon, sir? It's my book. I'm telling you, it's my book. With all due respect, sir, I hope sir will understand that I have doubts. You see, I found it in Lord Mortimer's library. Ha. There you are then. That's exactly where I left it. I am quite put out, sir. I don't know what to say. In that case, I suggest you say nothing and hand it over. But I... Now. Sir, I... Tut mir ein bisschen leid. Tut mir wirklich ein bisschen leid. May sir take good care of it. It is damaged. And you've damaged it as well? Well, bravo. Bravo. No, I didn't do anything. Good. It wasn't me, sir. Entschuldigung. Entschuldigung, Herr. Sehr gut. Es waren ein paar andere Dinge, die ich mit dir übergehen wollte. Ich habe den wirklich so ausgenutzt. Also ich glaube, so wurde noch nie jemand in der Geschichte des Ausnutzens ausgenutzt. Oh, krass. Oh, der tut mir wirklich schon ein bisschen leid. Aber dafür habe ich jetzt einen Konzentrationspunkt mehr. Ja. Oh, krasser Scheiß. Ernsthaft. Gut. Gesellen wir uns mal zu den anderen. Oh. 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 Es tut mir echt schon ein bisschen leid. Oh Gott, noch mehr Bilder. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, such as Monsieur de Richer, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christophe von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Perou, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing it? He tells me to come urgently, and he sends no one to meet me? Hmm. Huh, Perou looks totally out of place here. He's counting the ten sets of cutlery around each plate? The man is completely lost. Thank you again for the wine, your Eminence. It is served every day at the King's table. I am delighted to hear it. Wollner and Piaggi seem to be getting along well. Yes, I heard the view. What a story. Surprising when you know Wollner prohibited religious practices in Prussia. Renowned member of the Rose Quat Order, former Freemason, and great lover of alchemy. And look at Piaggi fawning over him. I really do have a problem digesting political protocol. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better, too, as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does your honor, Envy. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing at the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend. I am shaking in my clogs. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A souterne, isn't it? Absolutely. If I am not mistaken, this is not Lord Mortimer's favorite wine. It is yours. In this absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rules. But I count on your discretion. Don't worry. I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest mines of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would... would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I... I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Uh-huh. Thank you. I made a promise. Now it is done. You must be joking. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mention that orphanage broke right through Emily's hard shell. Oh. I'm very happy that I was in Psychologie reingesteckt have. Is everything alright? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. Oh-oh. I can imagine what she of a woman meowaki can do now. My Lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur... Louis Moras de Richey. De Richey. De Richey. A name with a nobileary particle. Oh, Schwächerkant, Ablenkung. Ah, nice. Sagen, dass er egal ist? Keine Ahnung. Emily antworten müssen. What do you think, Madame? What is this Bonaparte doing here? The presence of a soldier is never a good sign. It can only mean there's going to be further war. To answer your question, I only know that his family were in favor of the revolution, and that it almost cost them their lives. Thank you, that's helpful. Monsieur Le Richer, it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Oh, Monsieur Bonaparte. Tell me something more about them. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently, if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. Genau. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty, but please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50.000 Louis d'Or for 200 cannon. That's not the correct time. Oh God. Oh God. I've only just taken over the affair. The agreement will be considered null and void until we've gone through it together. Is that clear? All right. You seem to know what you're doing. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its lustre? Eine Kontra-Revelation, Wiedereinführung der Monarchie. Frankreich braucht eine neue Führung. Das Volk sollte frei wählen dürfen. Man braucht eine neue Führung, reduziert um drei. Machen wir das mal. I think what France is lacking today is a truly strong leader ready to governor. Someone who will restore her lustre, who will propel her forward so once again she becomes a proud nation, respected by all. A man capable of both rebuilding the country from the inside and at the same time developing exterior relations. Someone with a vision, I think. The right person still remains to be found. You're right, my friend. I hear your words and I agree. Monsieur de Richet, I am very assured. Napoleon weiß ganz genau, wer das sein muss, ne? Lord Mortimer was right to put his trust in you. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support by offering you this humble little gift. Hm, reflections on the revolution in France. Monsieur Bonaparte, I thank you for this gesture and please know that I too am delighted to have met you. Oha, es ist sehr aufwendig. I would like to thank Lord Mortimer and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the Presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So, I raised my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Nein! Right, we shall meet again tomorrow. What? All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Ich glaube, ich konnte nicht den Hinweis sehen, der richtig gewesen wäre. Aber warum sind da überall Schmetterlinge? Okay, wir haben viel geschafft. Und wir hätten Napoleons Zimmer auch noch durchsuchen können, okay? Okay. So, wir haben acht Punkte. Das packen wir doch. Hauen wir was mal in Überzeugung rein. Und eigentlich muss ich in ganz, ganz vielen Kategorien was reinstecken. Aber worauf wollen wir uns konzentrieren? Also wir hatten es jetzt mehrmals, dass wir eigentlich mehr in Aufmerksamkeit gebraucht hätten. Befragung sollten wir uns eigentlich auch nochmal freischalten, weil wir da Charaktere haben, die dafür anfällig sind. Oder auch Ablenkung. Das wären fünf Punkte, die wir raushauen müssten, um die beiden wenigstens mal freizuschalten. Ich glaube, mit dem Rest komme ich hier noch klar, obwohl ich auch gerne Gewandtheit hätte, um oben auf das Regal zu kommen. Gott, nee. Aufmerksamkeit wäre halt auch nicht schlecht, ne? Weil das hatten wir jetzt schon an manchen Stellen, wo wir es eigentlich wirklich gebraucht hätten. Aber hiermit können wir Dialogoptionen bestimmt noch freischalten. Und eigentlich wollen wir im Okkultismus noch weiter vorankommen, aber... Da müssen wir ganz schön viel Zeug reinstecken. Weil bei Van Wöldner halt das Ablenkung, das wäre schon gut, wenn wir das da hätten. Weil ich habe keine Ahnung, der scheint auch irgendwie okkult sehr bewandert zu sein. Den können wir mit unseren Kultenkenntnissen nicht beeindrucken. Deshalb würde ich was in Ablenkung setzen und dann... Ja... Dann hier nochmal zwei Punkte rein und dann in unsere primären Fertigkeit noch irgendwas. Also entweder Aufmerksamkeit oder Befragung. Ich weiß ja nicht, wie wichtig Elisabeth noch wird, aber... Da bräuchten wir Befragung. Da mache ich erstmal Befragung. Beim nächsten Mal packen wir dann nochmal was in Aufmerksamkeit rein. Aber erstmal hier unten sollten wir unbedingt was in Heimlichkeit reinstecken. Und hoffentlich kriegen wir das noch voll, bevor wir es wirklich brauchen. Kühnen